moin moin ich bin's euer Flutty herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute möchte ich euch eine kleine story erzählen also ich war hier unter der dusche gewesen und habe mich gemütlich mit dieser dusche hier abgeduscht bis ich mich dann gewundert habe warum der wasserdruck immer weniger wird und dann habe ich gemerkt es ist ein loch im duschlauch drinne und auch noch ein riesengroßes jetzt kommt das meiste wasser aus diesem loch raus und nicht mehr aus der duschbrause das ist echt ärgerlich jetzt kann ich mich nicht mal richtig abduschen so das war es jetzt auch wieder von mir ich hoffe euch hat dieses kurze video gefallen und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt wartet noch